Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Create Sports, Ihrem Hockey-Ausstatter. Wolfsburg vielleicht ist etwas anderes, ich weiß es nicht, und was ich hier schaue an, man kann sagen, Schwalben gibt es auch Eishockey, ich denke, und hoffentlich können wir das weiter schauen im Video für die ganze Liga, ich finde das ist ein bisschen eine Frechheit manchmal, das ist Eishockey, das ist nicht Eiskunstlaufen und wir müssen das so spielen. Sag noch ein bisschen was zum Spiel und zu deiner Entwicklung als Spielstücke. Ja, wir haben Chancen gehabt, es ist sehr schwierig mit den Strafen, es gibt 5 gegen 4 hin und her für die beiden Mannschaften, es gibt nicht so viel Rhythmus im Spiel, das ist schwierig. Aber man merkt, wenn das Spiel ist auf der Linie, ich weiß es nicht, wie man sagt das auf Deutsch, in der Games Online, wir haben Spieler dieses Jahr, die können das entscheiden. Die Leistung von den Beteiligern heute, von den Torhütern, die ganze Mannschaft war top, wirklich. Auch die, die haben nicht viel gespielt, haben viele gute Einsätze gemacht. Dieter Orendorz, super gemacht als Stürmer, das ist nicht einfach für ihn. Ich finde, da habe ich einen super Job gemacht. Yannick Kwaska, auch ein junger Spieler, hat nicht so viel Leistung gekriegt. Ja, man vergisst das manchmal, das ist eine ganz, eine komplette Mannschaft, Leistung. Und das braucht es auch für das Siegen. Und das ist heute Abend wirklich top. Wenn du vergleichst, Wolfsburg war jetzt eigentlich schon viel länger auf dem Eis, hat auch den Magenta Cup gespielt. Von außen betrachtet, hatten die nicht unbedingt heute einen Vorteil. Insgesamt gesehen über euch, bist du da wirklich zufrieden mit der Leistung der Mannschaft? Im Vergleich, vom Stand her? Ja, das ist, das ist, ja, Spielpraxis ist immer wichtig. Die haben das vielleicht vier oder fünf Mal, was wir haben. Aber ich finde, dass die Jungs haben trotzdem die Leistung zum Arbeiten. Das Kampfgeist ist wirklich sehr, sehr, sehr hoch für uns. Und wir haben vorhin im Trainergarten geredet, was wir brauchen zum Gewinnen. Und wie wichtig das Arbeitsleistung, das Stolz ist. Und nicht nur das Talent, nicht nur die Möglichkeit zum Tor zu schießen oder was auch immer. Und ich denke, dass wir haben dieses Jahr eine Mannschaft, die wollen füreinander kämpfen. Die machen Schussblochen, die machen alles, die geben alles. Und ich bin sehr stolz auf ihn. Ein Wort vielleicht noch zur Atmosphäre, Jason. Es war ja jetzt das erste Meisterschaftsspiel ohne Zuschauer. Ja. Schlecht, oder? Ja, es ist schade für die Jungs, die können nicht alles sehen, was wir haben für die Fans. Jede Spieler merkt in der Liga, dass die Fans hier sind top. Sie sind die beste in der Liga. Also von meiner Sicht, das ist einfach schade. Und hoffentlich können wir irgendwann die Zuschauer wieder hier haben. Ja, verrücktes Spiel. Irgendwie Schiedsrichter, viele Strafen auf beiden Seiten gepfiffen. Also deswegen ein bisschen zerfahren, kam nie so richtig Spielfluss rein durch die ganzen Special Teams. Ja, war knapp. Am Ende sind wir ein Tor vorne, dann ein Tor zurück. Und dann kommen wir nochmal zurück. Und ja, im Großen und Ganzen können wir mit der Leistung zufrieden sein. Weil das sind genau diese Siege. Das muss man früh als Mannschaft lernen, dass man auch zurückkommen kann im letzten Drittel. Und ja, da können wir zufrieden mit sein. Du bist jetzt seit einiger Wochen hier in Iserlohn. Du bist in Kreper als Kapitän gegangen. Hat dich das ein bisschen überrascht, dass das hier so mit dem Kapitän wieder so schnell geklappt hat? Ja, überraschend. Natürlich ein bisschen überraschend. Ich kannte die meisten Jungs dann halt auch erst seit zwei Wochen, wo die Wahl war. Ja, aber durch die Tatsache eigentlich, dass ich direkt mit Trainingsstart kam, denke ich, haben wir uns so als neues Team direkt zusammengefunden. War jetzt nicht so, dass ich irgendwie später zur Mannschaft gestoßen bin. Und klar überrascht. Aber umso mehr habe ich mich dann gefreut, wo die Wahl auf mich getroffen hat. Wir haben nicht viel Zeit zum Durchatmen. Es geht übermorgen schon wieder weiter. Das Spiel in Bremerhaven. Kannst du uns da noch einen kleinen Ausblick geben? Ja, jetzt ist erstmal das oberstes Gebot, dass wir regenerieren. Morgen auch nochmal gut arbeiten. Ein paar Sachen ansprechen, analysieren. Ein paar Dinge. Und ja, ich kann da nur für mich oder generell eigentlich jeden Eishockey-Spieler sprechen. Das sind eigentlich die besten Phasen, wenn man einfach nur spielt, einen Tag regeneriert und wieder spielt. Das macht am meisten Spaß. Und ja, wir werden uns auf Bremerhaven vorbereiten. Wir wissen, dass die eine gute Mannschaft sind. Wir hatten jetzt einen holprigen Start, sag ich mal. Weil durch den Magenta Cup schon die Erwartungen hoch waren an die. Aber Bremerhaven ist eine gute Mannschaft, die seit Jahren jetzt erfolgreich spielt. Und da müssen wir wieder alles reinwerfen, um da erfolgreich zu sein. Ich habe noch eine Frage. Es heißt, das erste Meisterschaftsspiel ohne Fremdspiel. Es gibt ja Testspiele vorher schon mal. Erste Meisterschaft. Es fehlt dir irgendwas. Du kennst das ja als Gegner. Ja, auf jeden Fall. Wir sind, glaube ich, eins der Teams, die das am härtesten trifft. Weil hier die Halle echt bebt. Jedes Spiel. Und das gibt einen schon mal einen riesigen Push. Auch gerade uns als Heimmannschaft. Und klar, das ist eine Sache, die ist traurig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es allen anderen genauso. Das ist jetzt eine Sache, da müssen wir leider mit leben. Und dann hoffen wir, dass da spätestens zur neuen Saison dann die Halle hier wieder beben kann. Ich habe noch eine Frage. Du hast zwischendurch ein Pupkins-Gesicht bekommen. Oder ein Schläger? Wie war's? Oder... Wie geht's schnell weiter? War super. Nee, also ich habe erst einen Pupkins-Gesicht vor das Kinn bekommen. Dann musste ich schnell rein zum Nähen. Und dann, wo ich wieder zurück war beim nächsten Wechsel, habe ich dann einen Schläger unter das Auge gekriegt. Dann konnte ich direkt wieder zurückgehen. Und ja, das gehört irgendwo dazu. Weiß nicht, das ist das erste Mal. Aber ja, zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Deswegen, alles gut. Es war natürlich ein guter 3. Periode für mich persönlich und für das Team. Also, ich fühlte mich besser als das Spiel ging. Es ist egal, ob die Energie in diesem Spiel war, besonders in der 3. Periode. Was passiert? Nach dem Spiel in Krefeld, da haben Sie ein paar Probleme mit dem 3. Periode. Ich denke, das erste Mal, nach zehn Monaten, nach zehn Monaten, die Leute sind ein bisschen tense, ein bisschen overexcited zu spielen in einem Spiel wieder. Es war gut zu kommen aus dem Spiel mit einem gewinnen. Es war ein ziemlich schlappes Spiel, ich glaube. Und dann, wir kamen hier, und wir battleen mit einem gewinnen mit einem gewinnen, so es war schwer zu werden in einem Rhythm für den Spiel, für beide Seiten. Ich denke, wir haben ein vieles Resilienz, zu gehen in der 3. und dann zu kommen zurück, und zu einem gewinnen. Es war ein guter Winn, und zu einem gewinnen. Es war ein guter Winn, und zu einem gewinnen. Der четыg Caroline hattest. Himmels Untertitelung des ZDF, 2020